Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Herobrine in Lederhosen. Das ist heute die zweite Folge von OneBlock und ich bin wieder nicht alleine. Ja, denn ich bin da dabei. Winke, winke, ich hau mir mit der Spitzhacke selbst in den Kopf. Ja, genau, so machen das die Professionellen dann. Okay, dann machen wir jetzt OneBlocken. Ja, OneBlock. Wir OneBlocken jetzt. Für die, die nicht wissen, wie es funktioniert, also man spawnt auf einem einzelnen Block, den kann man abbauen und dann kommt ein weiterer Block an dieser Bestellung. War das gut erklärt oder eher nicht? Nein, aber... Nein, und dann kann man den wieder an dem Block, der jetzt da ist, platzieren und dann hat man mehr Fläche und das geht immer so weiter und... Nein. Schaut euch am besten die erste Folge an, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Und dann liked am besten... Beide Videos. Genau, liked beide Videos, wenn sie euch gefallen. Wenn nicht, schreibt uns Verbesserungsvorschläge in die Kommentare und wenn ihr einfach mal neide schreibt, dann gebt's halt einen Daumen nach unten drauf. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch gerne Ideen in die Kommentare schreiben, was wir sonst noch so für Videos machen können. Ja, ey, du wirst ja gar nicht ab von gerannt. Bitteschön. Hier wird's vielleicht schon ziemlich voll. Ja, muss man halt vergrößern. Ja, ich muss vergrößern. Ja, wir könnten ne Insel allein für die Tiere machen. Ja, und was machen wir bei Neu-Scorn? Wir machen so einen Winkel, der ist auch ein Winkel mit mir. Wie ist eine Pilzku? Wie ist eine gute Pilzku? Du bist deine gute Pilzku. Du bist deine gute Pilzku. Wie ist die Lache? Wie ist schon drin, ne? Da denkt man sich schon und sitzt jemand verrückt mit deinem Handy und spielt. Mag sein, dass ich verrückt bin. Ich bin so verrückt. Oh Gott, du warst auf. Ja, okay, ich hör schon auf. Bau du das bitte mit der neuen Insel. Wir sollten mal ne Tierzählung machen. Warum? Eins, zwei, drei, vier. Wir haben halt wirklich drei Kühe. Drei normale Kühe, zwei Dinge für drei erwachsene Hühner und ein Babyhuhn. Okay, ein Babyhuhn. Okay, gut, dann baue ich bitte... Ähm, irgendwo so ein Geht. Wie heißt Babyhuhn? Baby, es heißt Babsi. Nein, nein. Es heißt Bambi, es heißt Bambi. Nein, ich meine, ich meine was... Babyhuhn hier... Küken, genau, Küken war das Wort, was ich gesucht habe. Wann ist denn endlich wieder Tag? Jetzt. Seit Ewigkeiten Nacht und es regnet. Ich habe jetzt 27 Brote und Wasser. Und hier steht eine Pilzkuh. Pilzkuh, die läuft. Das ist wirklich nicht mehr. Ui, 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 das ist diese... Die Verzüchte. Äh, da waren 27 Brote. Oder jeder Schlot, außer einer und... Außer zwei und in der... In einem Schlot war eine Holzbechacke. In der anderen war ein Wasser. Nein, nein. Ich weiß nicht, ob es... Ich habe das Huhn damit abgeworfen. Was machst du? Warum baust du... Nein, du bleibst den Kopf ab. Nein, das war richtig so. Du bist gestorben. Bin ich nicht. Warum bist du denn noch an der Kunde gebacken? Ich habe keine Ahnung. Nein, 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 nein. Nein. Ja, es ist nicht. So, jetzt ist alles gut. Wurde schon wieder zu verstanden. Ich habe gerade eventuell... Unser gesamtes Wasser gelöscht. Uns, Freunde, stimmst du nicht. Ich muss schon sehen, ich bin schon klippig. Nein, unschuldig, wie den Wünfeig sind beim Herzen. Ich hoffe es nicht. Du, wie es dir. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist wirklich die schönste Wunderstand. Wir brauchen... Das ist die schönste Wunderstand. Wir brauchen eine Insel. Man, die sind... Das ist so aus. Wir brauchen Instagram für den Dienst für die Tiere. Neue Insel. Ich hab Eier. Aber fahren keine Hühner raus. Aber... Wir haben hier ein Babypülchen. Blümchen, Blümchen. Da krieg ich beinahe Hunger. Beinahe. Ui. Du hast Blümchen gekriegt. Fahren sie dir ab wie so eine Kuh. Oder scharf. Lecker. Ich will einen Trunenturm bauen. So eine Treppe, die ganz nach oben geht. Irgendwann. Aber dann brauch ich ein paar Trunen mehr. Pah. Pah. Ich baue mich hier ein. Bei dem Wunderlauf. Ich baue mich hier ein, bei dem Wunderlauf. Ich glaube, die haben auch so ein Tier. Ist auch so ein Tier. Äh. Scheiße. Ein Hühnchen. Ja. Ja. Da ist niemand jetzt drin. Hör auf. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer das mögen. Wenn du so rumheulst. Hör auf. Hör auf. Oh. 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 Schreibt auch gerne in die Kommentare. Wenn wir irgendwie mehr Baututorials oder auch doch tatsächlich mehr von sowas hier machen sollen. Ich geb dir mal Blumen. Yay. Blumen. Ja. Mit einer Aussammlung. Komm her. Oh. 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 Das Geräte. Oh. Du hast jedes mal 1500타 lire. Oh. 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 Oh yeah. Oh. 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 Ich baue mir eine Hütte. Ein Körnchen, zwei Körnchen. Eine Blut ist aus Eis. Aus Eis. Speiseeis. Das werde ich auch essen, bevor du es auch mal vollendet hast. Unser Netz unterweist uns. Irgendwas fehlt noch. Was ist das? Irgendwas am Maussehen fehlt. Ich glaube, wir überspringen uns einfach zu sowas. Damit ihr nicht die Möglichkeiten noch gelangweilt habt. Ihr langweilt habt! Wir bauen jetzt einfach weiter bis zur nächsten Phase. Und ich baue noch eine Tierinsel und dann sehen wir uns, wenn wir fertig sind. Und dann zeigen wir alles. Genau. Also bis gleich. Für uns ist es lange. Für euch nur eine kleine Transition. Jetzt ist eine neue Phase. Ja. Es ist eine neue Phase. Aber unten ist ein Timer. Und die neue Phase. so ist ein bisschen viel. Ui, ui, ui. Wissen wir mal. Ah. Wissen wir. Wissen wir mal. Wissen wir mal. Wissen wir mal. Das ist ein Geschenk. Wissen wir mal. Wissen wir mal. Wissen wir mal. Unser erster Block ist ein Stein. Yay. Hey, ähm, und all die Tiere greifen auf meine noch nicht fertiggestellte Tierinsel ein. Äh, Problem, Problem, Problem. Hier sind überall Tiere. So, äh. So, ähm, ich baue hier das Ding noch fertig, dieses Tiergehege. Und du baust ein bisschen... Hallo nochmal, ähm, während wir nicht gefilmt haben, ist hier gerade ein Creeper explodiert. Deshalb sind so wenig Tiere da und, ähm, ja, unsere Kisten sind weg. Deswegen sieht es hier so aus, wie es aussieht. Hier ist die größte Katastrophe der Welt passiert. Und, ähm, aber wir haben noch eine. Wir versuchen es jetzt mal zu erbauen, während ihr wieder bloß eine Transition habt. Und für all die gefallenen Tiere hier habe ich ein kleines Karp errichtet. Mit einer Blume. Aber da das hier Granit ist... Ja, Granit. Ähm, kann die darauf nicht wachsen. Drum hab ich sie draufgeschmissen. Ähm... Jetzt hast du sie wieder aufgekackt. Ja. Ich plötzlich... Nein, nicht die Kohle! Ähm, ich plötzlich einfach mal einen Block. Einfach so, damit man da drüber sprengen kann. Ah, okay, entschuldig. So, und... Warte, unser Schaf ist auch gestorben, oder? Unser Schaf ist gestorben. Oh nein, unser Schaf ist gestorben. Wir Armen. Wie viele, ähm, Dings brauchen wir? Nicht so, aber... Hier, ähm, Zäune. Hi, ich bin zurück. Ähm... Problem! Ein zweiter Creeper ist explodiert. Und... Das sind alle unsere Verble... Mh... Na, man... Also... Wie gerade gesagt, haben wir... Und gesehen. Und gesehen. Haben wir hier ein riesiges Creeperloch. Und das... Wir wissen jetzt alle, dass wir Creeper hassen. Ja. Aber das tun wir, glaube ich, schon von Anfang an. Ähm, und... Wer hasst... Schreibt es in die Kommentare. Wer hasst keine Creeper? Ähm, und das sind die verbleibenden Tiere. Eine Kuh und zwei Schafe. Schreibt mal Namen in die Kommentare. Genau. Ziemlich viel, was wir in die Kommentare schreiben sollten. Aber macht es einfach mal. Ja, und ich denke, damit beende ich diese Folge auch mal. Genau. Und schaltet für die nächste Folge wieder an. Und wenn ihr abonniert, dann braucht ihr nicht einfach nachzuschauen. Sondern dann bekommt ihr eine Benachrichtigung. Aber nur wenn ihr die Glocke aktiviert, drum like, abonniere und aktiviert die Glocke. Und falls ihr es noch nicht getan habt, schaut euch doch gerne den ersten Tag an. ter... Und dann bist du in die Kommentare. Und dann ist das...